Moin oder willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute wieder mal ein kurzes Tipps und Tricks Video. Wusstet ihr, dass Wraith eine versteckte Fähigkeit hat, wenn sie unsichtbar ist? Sie kann tatsächlich ein Stück weit höher klettern. Ich habe es vorher nicht gewusst. Ich mache es euch hier einfach mal im Trainingsgelände vor. Ich versuche hier hoch zu klettern. Das ist einer der höchsten Wände, wo man das theoretisch testen kann. Jetzt machen wir uns hier mal schnell unsichtbar. Und zack, wir sind oben. Leute, ich wusste es bis heute tatsächlich nicht. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr diesen Trick tatsächlich kanntet. Wie gesagt, ich kannte nicht. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Aber dann bis zum nächsten Mal. Tschau.